Ob nun als Taschenanhänger oder Sexy XXL Kette, Troddeln bzw. Quasten sind im Moment voll im Trend. Ich möchte dir heute zeigen, wie du wirklich in Nullkommanichts einen tollen Kettenanhänger selber machen kannst. Also bleibe dran! Ich benutze ein ca. 6 x 8 cm großes Stück Kunstleder. Außerdem brauchst du eine Endkappe mit Öse. Diese hier hat einen Innendurchmesser von 6 mm, einen Kettstift, eine Schmuckperle, Strasssteinkleber, einen Markierungsstift, eine Flachzange, einen Seitenschneider sowie eine Rundzange, ein Lineal, ein bisschen Nähgarn als Helferchen und doppelseitiges Klebeband. Zuerst zeichnest du dir im Abstand von 5 mm von der Oberkante aus eine Linie und danach in gleichmäßigen Abstand über die gesamte Breite weitere Linien, an denen du später bis zur oberen Markierung einschneidest. Klebe an die Oberkante einige kleine Schnipsel doppelseitiges Klebeband und beginne die Seite aufzurollen. Ziehe den aufzurollenden Stoff schön straff und rolle ihn richtig fest ein. Durch den Kleber hält es dann auch gut, sodass du dein Garn ohne Probleme um die Oberkante wickeln kannst. Auch hier wieder schön fest wickeln, einen Knoten machen, ein wenig zurechtschneiden und schon einmal Klebstoff aufgeben. Danach in die Hülse Klebstoff tropfen und die Trottel in die Hülse stecken. Du kannst mit einer Schere ein bisschen nachstopfen, falls es nötig sein sollte. Das Ganze lässt du jetzt mindestens eine Stunde trocknen. Ich benutze für das obere Anhängerelement eine flache bemalte Perlemutscheibe. Sie hat einen Durchmesser von ca. 2 cm. Du kannst natürlich jede Perle nehmen, die du zu Hause hast und die dir gefällt. Durch die Perle fädele ich den Kettstift und schneide den überstehenden Draht nach ca. 1,5 cm ab. Dieses Mal lasse ich mehr Überstand an Draht, weil ich eine größere Öse brauche. Passe den Stift mit der Flachzange und biege ihn im rechten Winkel zur Seite weg. Danach greifst du mit der Rundzange die Spitze des Drahtes und biegst ihn um die Zange herum. Da die Zange schmal nach oben zuläuft, kannst du dir die Stärke deiner Öse aussuchen, indem du die Zange genau dort ansetzt. Nun biegst du die kleine Öse seitlich auf und hängst deine Trottel ein. Tja, und jetzt brauchst du nur noch eine Kette, ein Seidenband oder Lederband und fädelst es durch die Öse. Fertig ist dein Trennstück. Und statt der Perle kannst du einen Karabiner mit einem Schlüsselring an der Trottel befestigen und hast damit einen sehr schicken Taschenanhänger. So, und nun hoffe ich, dass du richtig Lust darauf bekommen hast, dir auch so eine Kette oder Schlüsselanhänger selber zu basteln. Und hat dir das Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Klickst du dabei auf die kleine Glocke, wirst du sofort benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis dahin, ganz liebe Grüße, deine Ann-Christine. Bis dahin, ganz liebe Grüße.